ok weiter geht's leute weiter geht's weiter geht's ich will mal nein haben sie große große lupf professor jetzt da die frage wir haben nie ein tag festgelegt es wurde das vernünftige wenn wir schiff die alle einen besuch abstatten aber natürlich es wird uns sicher er wird uns sicher zurückführen dann wollen wir uns mal zum baston aufbauen was macht der hier schlurwert sie ansehen was macht denn wieder seine aufwertung das machen sie hier da ist die echte und wer ist denn euer gefiederte kumpan dort zu meinem topos recht sehr freut sehr freut ich treu mal in der vergangenheit die kleine flattermann sieht mir noch ein paar zuflüssigen durchschluss ich habe einen kleinen auftrag in letzter zeit in letzter zeit wir sind ein kopf der kohle auf pizza bis das davor top braune tüpfling hat es mir an getan weil ihr seid und jetzt seid ihr an die zeit hier gefahren ich will dass ihr mir ein besonders leckeres exemplar suchen vorbei top braune tüpfling wo soll mir denn nur wissen wo dieser für 6 rechts topos weiß ist topos holt euch einen so gefällt mir das ist der vogel nach meinem geschmack aber schaffst du das aber natürlich topos ist ein kein gewöhnlicher vogel jetzt kann lustige lieferflüge machen jetzt wollen wir einfach ja ja ist klar nein das war manche sind manche sind auch richtig schwer dann mal einen speckleiften kopf und findet das ja 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 mal ja glücklich machen geht doch eine jahre sagen die ich mal kommt das macht einfach einfach ganz offen jetzt mal dieses papageiere zu machen also wenn ich ja noch was er selbst besagt er die verbot gemeldet ja das ist mir doch schon alles ja irgendwie kommt das jetzt noch mal ja ich habe das habe ich schon alles das hatten wir schon alles ja man dürfen sich nicht überschämen ja 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 der gar ich hab's verstanden ja das hat mir schon einmal oder wohl sich speichern doch das wurde gespeichert sonst würde das normal ist stelle kommt diese diese gewaltungen loslieferten zwar andere übungen deswegen erst mal lesen sie wollten ja nicht einfach dann macht man auch macht ja auch hier könnte man die von koffer anwählen wenn man heute trotzdem das auch an zurückgegangen was willst du ein wixer dieser herr gehört hier herzen keine anzüge macht euch leicht bringt mir einen lieblichen lieblichen kürzlichen topbräum tippling glaubt ihr geschafft das hier du musst das jetzt warte ich mach mal das ich schieb das mal und das nur zu mir auch seine mindestens das war eine von den leichten aber jetzt wird da irgendwie abgeräumt okay es geht gut wie du denkst kann ich das so machen? so geht es nicht ich kenne die Antwort schon, wenn du wissen willst aber du kannst auch so schief, ne? ja, aber das bringt dir nicht, weil wenn du ja so machst fliegt er gegen die Wand und dann fliegt er ich weiß was aber allgemein, aber du kannst auch so machen, guck mal ja, so, damit ihr hier runterspringt ja, so, dann katapultiert er sich da und dann zu mir vielleicht ob er darüber springen kann ja, schafft es geschafft, sag ich ja das ist auch der Verschnürbarkeit, Schloß, erledigt so war ich, äh, sauber ich wusste, ich kann mich auch nicht verlasst ein wahrhaftiger, prachtes, schlabber schlitz, prachtes na, mach nur so weiter, dann wirst du das beste man will sich nicht lieben was, weiter machen, weiter machen du hast jemanden mit deinem Lieferflug glücklich gemacht iiiiih ok, jetzt haben wir das auch erledigt jetzt können wir uns mal kurz angucken, wenn du willst wir haben schon eine Vielzahl ist davon irgendwo weiß von der Stadt steht die kleine Kaffee du musst ihn testen, oder? irgendjemand, ne? oh, jung, ne? die Oma, Oma ist das, ich weiß das eben weit von der Stadt äh, das kleine Kaffee, da lieben Oma, in dem ich arbeite alles, da bist du dann die liebe Oma, lächeln in der Tiere und guck mal, lächeln, passt hier und sprach ja, äh, wenn das fertig ist, dann kannst du eh ja was falsch aber man muss noch ein bisschen Sammenhang haben, deswegen verschwunden war, sag ich auch, die Theke, etwas weißes die Kafe, Ding nicht anfassen, also sonst kommt ich die Kaffe ein, äh, jetzt dann sage ich ein, ein Teelügen, wie kann man nur vergessen, ich weiß nicht nur wo die lieben, ja, ja, ja da draht jemand ins Kaffee, mein erster Kunde, da, da da der Reisende einer Reisende ins Kaffee, mein erster Kunde, boah, wel sitzanya wischbares Wetter Mach mehr etwas zu trinken und schon heißt wenn ich bitten darf ich noch das ist jetzt nicht gleich das fenster das grüne das ist nicht der das glaubt das ist der wixer hier ja wie er regelt schön heißt wenn ich bitten da sprach der kunde und setzt sich gleich an zwei jahre was warm ist doch das ist ein kakao ist ein kaffee und kaffee oder jeder hat der wetterbericht ja aber recht nicht zu kategorien bitte kalt meine ich hätte zu trinken kakao das weiß das brauchst du noch und dann noch niemanden wohl für viele sage ich ja zurück schließen wieso habe ich den sparten bekommen das verstehe ich jetzt nicht das ist das dritte was so los das dritte hier okay verlassen immer da rein vielleicht an der das schluck specht ein rätsel hier drin ich schrecke mich jedes mal aufs neu wenn ich diesen hut sehe würde ich dir bitte gehen halt die frist ohne mann wir sind jeder guten ihr seht ja richtig ausgelockt das macht ihr etwa in der ganzen tag unterwegs nun ich darf zwar nicht allzu viel verrat aber es war wirklich den ganzen tag wie ein anderer und das klingt sehr viel aufregend was hat ihr von einer kleinen stärkung gormelkost kann ich ihr euch allerdings nicht bieten wer euch dann ein leckeres schicken brötchen recht ganz frisch nach rezept nach hause ist ein rezept für schicken brötchen das klinge eigenartig was denn so besonders daran ist wichse drin tja wir belegen sie in einer ganz bestimmten speziellen reihenfolge und nicht zuletzt haben wir eine geheimen zutatzeichen wichse jetzt muss ich nur rasch überlegen wie ich es belegen soll wie war das noch mal ja auch nicht so einfach mal wichse drauf superbrötchen das superbrötchen und nun ein vielschichtiges rätsel kannst du das brötchen entspricht in der folgenden regeln bedingt der schicken liegt höher als der kartoffelsalat das ist der kartoffelsalat ja warte ich dann muss es so sein so ja der käse grünen das brot also und nur um als so muss es sein wieder schicken noch das anhandel ist so so das schicken tauschen wir schicken mit der tomaten stimmt stimmt was war die zweite bedingung zwischen tomaten und schicken noch mal alles ist das schicken die tür als der kartoffelsalat zwischen tomaten schicken die nur salatblatt weiterer tauschen salat und grünen tomaten neid um zu machen warte was in die mitte zwischen tomaten schicken die nur das stimmt das käsebrüder das brot wieder erschicken und das hat die zudem die stelle antwort oder der käse könnte gar nicht so gut wie gelöst meinte das diese dritte das brot also muss es auch so sein es ist echt lecker und zu welch bock jetzt auf ein sandwich ab dank für eurem herz und als belohnung serviere ich euch eure versprochenen im inwes und dieses brot ist eine wahre delikateste wer hätte gedacht dass einfacher kartoffelsalat so wunderbar auf ein schicken brotchen passt und die kruppe kruste ergänzt sich so gut mit der tomaten käse und wahres gedicht bräuchte sogar weil es schmeckt ihr doch nicht etwa besser als meine guten brote oder so was ist denn haust du nicht etwa für schluck kleiner mann du solltest besser kommen wie sag ich deine sorge aber sehr zu schicken als dank für den anteil damit möchte ich dir dieses rätsel bereichen da ist die ganze zeit in meiner tasche steckte ist er zerknittert aber funktionieren tut es immer allemal und je jetzt hat das alles rausgeholt ich muss sie so was sie zuletzt ja so acht einmacht gläser mit vier festen marmeladensorten und habe ich sehr schön verdeutlicht jede marmelade wiegt unterschiedlich 4 und jeweils zwei gläser stehen paarweise in einer kiste finden mithilfe der waage raus wie viele jede märkten am landen relation zu den anderen wie bestimmt die reihenfolge von der schwersten vier bis oder leichtesten 1 marmeladensorten mit den zahlen von 4 bis 1 was 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 die leite also die wir sollen nur wieso wir die beschriften beantwortet geben eingeben ja an da zurück also probiert sein vom haus die liegen gleich viel oder was ja man muss ja oder muss ja verknüpft also das ist schwerer als das dann aber wie soll die einzelnen marmeladen dinge machen nicht die ganze kiste an sich doch muss mir andere woanders gehen müssen wir wissen was der schwester von roten ist oder links auf schließen sollte es dann wissen wenn wir alle zusammen da haben muss man rausfinden zu testen ok immer mehr rot und was soll man das und was das ist leicht wird sind das ließen klick bis zum schon geht es schwerer als die beiden das blut das ist auch schwerer also grün ist schwerer als rot das können wir sagen okay blau ist aber am das ist auch leichter als rot blau nein grün ist leichter als blau ja grün ist leichter als blau das ist auch hier grün ist leichter als blau das ist leichter als rot ok warte mal grün ist schwerer als rot stimmt 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 grün ist schwerer als rot aber soll ich machen grün ist schwerer als rot macht die mal rotes 1 ok rotes 1 grün ist 2 ok grün ist leichter als grün ist leichter als grün ist leichter als rotes 1 grün ist 2 gelb und blau ist leichter als rotes 1 ok also haben wir die antwort grün ist leichter als rotes 1 ok was hast du mir immer mit deiner 4 so ja so und 3 hat es gerade nicht als 3 erkannt jetzt kommt wieder das schluck specht das ist alles für das dritte ja album guck für das dritte haben wir so viele verpasst es kann nicht sein dass wir die jetzt verpasst haben das kann nicht sein wir haben alle rätsel bisher gemacht ich verstehe die logik jetzt nicht und guck mal in der rätsel im koffer wir haben nur 30 und 31 nicht mehr 20 40 49 49 49 49 49 aber die müssen dann später auch kommen ja könnte noch sie machen ok raus klingt schräg ok ist nicht so dann kommt es später nächsten kapitel oder so jetzt mal vorwitzende so sieht man sich wieder nachgefährt durch eine kleine abstechung wo es statt weil er das bringt aber ich bin ich bin ich bin ich bin auch klar aber sicher wie konnte ich das liefern wird so ein kleiner mann der fahrer geworden kommt in frage woher sie stammt gegen die gefrau ich komme nicht aus mann der sonne aus kann die ich habe fast mein ganzes leben dort verbracht doch vor allem ist ein lustig gegen einer ungewöhnlichen umstände noch mal nutzen im leben ist nun mal wie ist nun mal wie ein liebchen die besten dinge passen ganz unverhofft in der film lieber liebhaber seit dann habe ich ja nicht das richtige gute rätsel für euch auch das noch du musst sechs fängelige kinder mit hohen ansprüchen auf ihre plätze verweisen hier ihre wünsche wieder neben wieder neben noch hinter c auf keinen fall vorne wieder links nach rechts außen wieder hinter reihe nach links außen hier ich will rechts außen sitzen wieder vorne nach links außen bitte das ist in allen recht machen okay erst mal das beste ist einfach kein von dem kino reinzulassen testen aber lassen wir erst mal raus wir haben keinen fall vorne also irgendwo hier hier hinten wieder links nach rechts außen okay da muss auch in der mitte ja okay aber b könnte auch hier also mal gucken stimmt die wieder hinter reihe nach links außen also vorne rechts dann ich will rechts außen ich will rechts außen sitzen ja okay das können wir arrangieren wieder vorne noch links außen bitte viele von ach so also b und tauschen aber da darf ich nehmen sie wieder neben noch hinterziehen also auf keinen fall fort ach so ja stimmt wie daneben noch hinterziehen die idee wie dann doch wieder links also die wieder hinter reihe nach links außen und wie schon die bisher hinten sie könnte auch hier wieder links noch rechts aus dem der okay dann haben wir die lösung wieder hinterher er hat wieder aber wieder vorne noch links außen bitte die ich will rechts außen sitzen was für die weder hinterher nach links außen also kann er mit der aussitzenden so ist die augen jetzt müssen lassen wieder nehmen noch hinter die auf keinen fall vorne weder links noch außen oder rechts außen hinterher noch links aus ja ich will rechts außen sitzen ja wieder vorne nach links außen bitte ja fertig antwort wenn ich irgendwas falsch ist die solche sind die einfachen ja solche sind einfach richtig einfach muss aber text verständnis haben stimmt das ist die richtige viel spaß bei der tour durch ihre touristen doch soll ich doch sagen ich komme selbst aus london war klar doch kleiner macht viel spaß noch eine große stadt diese szene von hier vor einfach nach einschlagen wer schön sein will wie ich muss auch was dafür tun ist klar du bist schön irgendwas fehlt mir noch zu meinem glück ein zahnarzt bringst du mir bitte das was ich dazu brauche ich bin die dinge 15 sekunden an welchen so da fliegt er hier aber das nächste problem ist dann ja das so ja was passiert wenn ich da so mache so da ging das geht jetzt guck es ist schwer manchmal es ist so ja das fliegt in die wand und hier abflug warte mal kann ich nicht nein es geht ja nicht sonst werden das so ein bisschen nein sie ist auch gemacht das ist so der Gegner dagegen dann brennt so übergehen 3 ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht und das haben sie auch müssen wir nicht es gibt wenn man aber auf die Künftel so liegt das so das ist doch das geht auf jeden Fall also das muss auf jeden Fall so okay, versuch mal was passiert, möchtest du das machen? der blieb in die Wand okay sag ich ja also das und das muss das sagen und das und abflug aber der blieb auch in die Wand so und so aber man darf nur drei Seiten nehmen ja oh nein warte, geh mal ich hab da ne Idee ja komm neu so dann so dann so was das dritte macht keinen Sinn wissen warte, ich versuch einfach mal hä? wieso kann ich das nicht? dann lass ich zweimal auf dasselbe ach so ach doch mal gucken, wie weit der fliegt hm das Obo macht keinen Sinn ich gucke ja, das ist echt eklig echt eklig was fliegt da gegen die Wand, wenn man das so normal macht ja, da fliegt dann mit dem Kopf dagegen ich glaube die Rätsel ist auch richtig easy, wenn man das bedenkt das hat mich schon dreimal gemacht da muss das da und das da das näher oder gehts bis hinten? komm hier raus ja das geht ja abflug ah aber er kann da oben an, ne? ja so oder? so abflug jetzt wird er rüberfliegen ja dann der ging ah ok der kann der autorutsch weiter ah ok abflug jetzt so 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 jetzt jetzt bist du rüber sag ja die nächste lösung so easy wenn man sich bedenkt ich bin selbst da gescheitert ist echt krass ich bitte nur durch ach das ist genau der richtige dank mein gefilterter Geselle Rosendorf und dichter ist auch und dichter ist da auch wenn ich aus glücklich gemacht ja ich habe jemanden glücklich gemacht die verlassen wir haben keine spielzeugautos mehr also mir ist gerade etwas eingefallen luke was ist denn professor wir haben vorher ja noch nicht gar nicht über unsere situation aufgeklärt oh sie haben recht das ist mir völlig entfallen ach nix schlimm ich bin schon froh mal nicht zu sein zu dürfen das freut mich voran trotzdem die zweite trotzdem sollten wir besser schnell zum hotel gehen und die alles verstanden was die 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 achten die 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 ganz dicke freunde ein wunder von dem tag noch liebe flora komisch ich wüsste wieder nicht dass etwas so von mir denkt max ist klar er gibt es um hotel zu machen ja ist rechts ging es ja ich wüsste mann 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 wieso machen sie denn so lange das gesicht was du hat mir gerade die schöne verpasst weil ich nicht gerät habe diese folge hat doch tatsächlich braucht ein apfel können meine aufgabe besser erfüllt ich glaube ich bin ich bin im zubach warte mal wie sie sich hier die ethik knippst das eigentlich was haben sie mich das kommt kommst du mir wohl genau ganz schlau vor hier mich so auch nicht so auch selber selber zu laufen was das machen wird dir vergehen wenn du dich mit meinen rätseln bist du besser 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 30 die drei jungs a und b und c spielen spielen in dem zehn verdeckte gegen die karte gefunden werden müssen was ich bin ich habe sie sagen ich habe gleich zu beginn in einem zu zehn paar aufgedeckt ich habe gleich zu beginn ein zug neun paar aufgedeckt ich habe ihm gleich zu beginn in einem zu acht paar aufgedeckt moment da flunkert doch wie einer wer das jetzt sagt nein 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 die drei jungs a b zu spielen in den zehn verdeckte liegende karton ich bin immer noch der meinungsverzug das gibt es zehn verdeckte paar also 20 Karten sind dann wie kann man neue Karten dann sammeln immer neun so ein paar also 18 und wie bei drei jungs spiele ein spiel in den zehn verdeckte liegende karten gefunden werden können werden müssen man hat er sagt immer verdeckt liegende karte liegen und karten paar zehn karten paar liegen da was soll er ja okay dann 18 jahre stimmt schon oder warte zehn paar und er findet neun es geht gar nicht neun geht nicht sag ich ja weil diegsel wenn er neun schon hat ne dann bleiben wir noch zwei übrig deswegen nimmt er die sowieso mhm das ist meine antwort ja ich sag dir der fett sagt ich sagte doch irgendwas du hast nur noch die aussehen geachtet ja aber trotzdem hehehe wir haben gebildet wenn neun paar aufgedeckt werden müssen ja 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 und du bist ja gar nicht so blöd wie du bist aber blöd siehst du trotzdem was ahaha das ist ja der richtige da bist du denn fischer team ist das 32 ich kenne es mich nicht das wird heute nicht wundervoll ja gar nicht mal so schön würde ich sagen auch tagen wie diesen pack ich immer fertig im plätzchen allerdings mag ich ein kleines problem konnte darum doch kein einziges davon geließe haben wir sie schon gesehen nein werdet ihr mir vielleicht dabei helfen natürlich gibt es dann auch was ja 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 die sind 30 jetzt auf den fänden jahren auf das war 42 40 49 essen 15 kekse aufzuteilen der ersten person ist einen und verteilt danach den rest in gleich teilen an zwei weitere personen diese essen ebenfalls jeweils einen verteilen dann auf dieselbe weise ihre übrigen kriegs an zwei weitere personen so weiter bis alle kekse verputzen es dauert genau so eine minute einen keks zu essen langsam essen die zeit wie das verteilen kannst du dabei ignorieren zu dem sind geniegen leute darum alle kriegs auf zu essen dann gedauert ist mindestens bis die kickseite sind eine sekunde das war leute ich also noch mal alles lieben die erste person ist ein verteilte nach dem gleichen teil wie im gleichen teil an zwei weitere personen 15 kommt niemals hin da bleibt einer übrig der nur ein klicks ist oder nicht nehmen so der erste hat den einen gegessen und beim 14 jährigen stimmst du siehst du da schon wieder auf dieser weise ihre übrigen kriegs an zwei weiter und so weiter bis alle kriegs verputzen okay also ein krieg zu essen dauert dings an eine minute kann man eine minute wochen der erste hat der einige das ist die erste minute das ist die zweite minute dann verteilen die wieder punkt stochastik sieht so aus dass die dritte minute ein zwei drei vier fünf sechs sieben keks ohne gessen die würde so weiter machen als zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf 13 14 15 vier minuten geht doch nachmacht um die vier ich kann es halt das jetzt schon so gut wie gelöst das war einfach ja genau wie es ist gezeichnet so hey man war absolut und da freut mich das weiß ich auch so süß weiß ein anurag bilderbruder hat er was weißes gefehlt ach so die anora kann es vergessen es regnet wegen dem wetter es sagt ja es ist draußen regnet es etwas weißes ok ich brauche jemanden etwas weißes noch mal das weiße ding kunde nummer drei etwas weiß ist okay mir nicht so viel so drei vier stücke ja schließen trotzdem wo kriegst die alle 249 ja 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 mal ich habe noch nicht rein ich will eben noch weiter rätsel die lassen sie besser schlafen einfach an kopfschlagen wir kommen zurück um erst an diese junge dame ich bin so etwas wie ein gast man den professor also eigentlich bin ich bin ich jeden jahr nachgelaufen weil sie mich alle zurückgelassen haben die beiden tun das ständig um ehrlich gesagt macht mich das mit manchmal traurig und verzeihung ich habe er wieder zu viel doch daher geplappert stimmt ja flora du musst verstehen becky flora mag manchmal etwas eigenen wirken wenn sie neue leute einkündet ach ich würde doch nie schlechtes über unsere gäste denken omi werde mir den kopf zurecht drücken ich bin da mal weg einen schönen tag noch becky bitte bitte denk jetzt nicht schlecht von uns nach dem flora die das erzählt hat mhm jetzt bleibt jetzt hier ach was für den breiten das zum beispiel schön dass es dir gefährlich dass wir dann später noch einen eigenen zimmer für dich und fragen aber das ist nicht möglich ich bleibe einfach nur hier und wir stellen ein paradent auf du bist in der grenze von uns hier du kannst auf dem sächsischen dort die funktion ist sie mal da sagt sie mich regeln ja du sagst auf dem sächsischen schlafen dann nimmt dann nämlich das eine bett und der buchseffekt in dem anderen was die Witze soll ich mich denn niemals ganz in den engen sätzen quetschen die klären das später einverstanden also sollten wir erzählen was uns besser wieder fahren ist flora stimmt was wird hier überhaupt gespielt die stadt in der wir uns gewinnen waren und in London ähnen doch sie ist eine völlig andere ich kann auch zu lesen nimmst du was neil mach ich muss niesen ich muss niesen ok sie ist ähm weitaus gefährlicher als das London das du kennst was meinen sie es ist so wir sind durch die zeitgereist dieses London wie es zehn Jahre in der Zukunft aussieht was wir stehen in Kontakt mit einem jungen Mann der sich Luke tritende ganz genau wir sprechen von unserem Luke ihm zufolge wurde aus mir in jenen zehn Jahren an überaus unerquicklicher Zeit hier in London der Zukunft scheine ich eine Erzschucke zu sein der diese Stadt beherrscht zusammen mit uns mit uns will Luke mein böses alter Ego aufhalten das ist ja eine unheimliche komplizierte Geschichte hast du alles verstanden? warum nicht? das ist ein Volk wie sie zu verstehen ich glaube schon kannst du dir den Professor als Unterweltboss vorstellen? das musste ich mit eigenen Augen sehen hey Luke ich hätte da eine Frage was denn? wenn sowohl du als auch dein Professor ein Gegenstück in der Zeit habt solltest du mich dann auch nicht hier sein gehen? na klar ich wusste nicht was dagegen sprechen sollte aber eine erwachsene Flora habt ihr nicht getroffen oder? nein zumindest noch nicht aber habt ihr euch nicht ein wenig gesagt? eigentlich hatten wir ja unheimlich viel zu tun seit es uns hier verschlangert und hm nun ich frage mich nur was in dieser Zeit aus mir gewonnen ist wisst ihr? alle nutzen ja also wir sollen wohl langsam aufbrechen weißt du Flora das Restaurant zu dem wir uns begeben soll eines der besten in London sein na gut dann wollen wir uns bein danken kurs er da hat da haben sie uns ja schnell reagiert jetzt schlarten schnack schnackern schnackstil 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 also die ganze erst Difference schon in diesem urlaub das bin ich danke sie wirken du hast doch mal erwähnt das bin ich danke sie wird auch überaus frisch und ausgeruht kann es wie ein neuer mensch was sagen sie denn da meinen alten knochen lamentieren und von tag zu tag noch aber auch schnurbert aber ich gebe mich dem schicksal des lebens abends alt und grau werde ich oder sagen wir lieber silber draußen wie meine haare und er hat was entdeckt ja die sind mir als erstes an ihnen aufgefallen hatte nicht davor in die braune haben gehabt wie man sagt zehn jahre in die zukunft ein vornehmen silber verleihe ein mann klasse mein braunes haar war mir genehmer ich habe ihn vorbehaltlos etwas mit dein herrscher sie genießen mein vertrauen andere mögen ihre namen besuchen doch ich werde nie an ihnen zweifeln was ein schreckprofessor gerade eben noch besprochen mit dem herrn der kann und nun treffen ihn wieder zehn jahre später ja die zeit hat wirklich ihre spuren an ihnen aus der reine hat sich braune haare und ist irgendwas und nein überhaupt nicht musste nur kurz nachdenken lasst uns aufbrechen hatte wer die brauche das ist kuscheltiert ich gehe jetzt mal nach rechts das mich jetzt so aufregt ja komm hier rein denkst du noch ein witzig bitte 49 mal diese wachschicht und sind vielleicht noch 42 ja 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 56 56 hier aus der fünf zahlen stempel fülle die lücken der gleichung auf dem touch screen somit zahlen dass die rechnung aufgeht in jeder lücke pass jeweils nur eine einstellige zahl dabei sollten so wenige stempel wie möglich verwendet werden weil die stempel die du verwenden möchtest und die man benutzen will ja keine mutige ist es ist eine 6 und 9 das ist bestimmt was du willst du ja das hat bestimmt auch irgendwas mit dazu zu tun stimmt also 3 4 5 6 7 ach 3 zahlen muss irgendwas ergeben das heißt sagen wir das wäre neu was könnte man davon nehmen ist das 2 oder 5 5 oder? 2 so an sich ist das 2 aber es sieht aus wie eine 2 warte mal 2,4,3 was ich muss wohl nochmal überlegen war das eine 205 an der 6 3,4 ich muss glaube ich aber gleich einen Cut machen hm warte ok das muss eigentlich so sein nein 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 komm nochmal notiz sagen wir das ist ja gut dass es da ist 9 ne hm das ist eine 2 2,4,6,3,9 eigentlich macht das Sinn wenn das so ist ich meine Tipp wer gibt uns das mehr Ausschluss da steht ein Stück Schau dies genauer an ja beim ersten beim zweiten nicht mehr sagen wir mal wie wir die ganze Normalzahl 6,2,4,3 dann ist das höchste hier 7 3,4,5 ergibt 12 siehst du nein deswegen das muss eine neue sein und das eine 2 5 und 4 kann man 0 benutzen ne komm ich mach ne weise ok gar nicht so schlecht 3 einstellige zahlen zu addieren und es gibt eine immer noch einstellige zahlen zu erhalten versuche alle möglichen gleichschwungen mit der 5 das ist das ok ich glaube das ist eine 5 wenn man das ohne ich habe trotzdem eine einschläge zahl rausbekommen das ist eine 5 wenn man das spiegelt hat man das so dann so und dann so und das ist eine 4 und das ist eine 3 das ist schon klar aber in jedes Ding wird nur eins ne 4,3 4,3 7 wenn ich das spiegle das sieht das so aus stimmt das ist ne 9 ich bin mir versichern komm ich mach den nächsten Tipp es hat keinen Sinn wenn ihr ganze jetzt soll rum probieren da so vor wenige Stempel wie möglich verwenden soll es heißt das dass du dieselben Stempel öfter als einmal ok 3 3 3 3 und 9 3 und 9 und gibt es auch noch 3 4 ok die lösung ist das hier wie wäre es hier mit ganz easy und jetzt zum voraus überleicht das ein paar bisschen zu lang man ja bisschen zu lang ist das gleich auch gefangen mhm 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 mhm